So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eigentlich ist heute Dienstag. Eigentlich hatte ich heute ein Gewinnspiel vorbereitet. Das verschiebe ich jetzt auf nächste Woche Dienstag. Eigentlich beginnt heute das GoGunTish Event mit Dynamax Raids. Eigentlich wollte ich dazu ein Video machen. Da ich aber nicht weiß, wann die heute nun wie aufgehen und wie funktionieren und alles und ob ich das noch alles schaffe, weil heute ein bisschen chaotisch ist, würde ich vielleicht heute einen Dynamax Raid aufnehmen, aber eben am Mittwoch dann rausbringen. Was heißt, dass am Mittwoch, Raid am Mittwoch wieder am Donnerstag kommt? Und gestern Abend wurde ja schon das nächste Event angekündigt. Heute startet das GoGunTish Event, aber das Psycho-Spektakel wurde angekündigt. Deswegen seht ihr jetzt das Infovideo zum Psycho-Spektakel. Konzentriert euch aber auf die Dynamax Raids. Dynamax Raids? Döner Raids. Ich weiß nicht, ich habe mal kurz beim Schilling reingeguckt. Der sagt irgendwie Dynamax, glaube ich. Ich sage Döner, aber ich dachte, eigentlich heißt es Dynamax, weil das ja Englisch ist. Dynamax Raids, weil Raid ist ja auch Englisch. Sonst müsste es ja übergriffig heißen, Überlauf an Durchlauf, genau. Ne, keine Ahnung. Das Psycho-Spektakel kehrt zurück in Pokémon Go. Das ist eigentlich ein cooles Event, wo immer coole Pokémon dabei sind, eine besondere Pokémon, wo es auch meistens neue Shinies gibt, aus bestehenden Pokémon, die dabei sind. Was man jetzt hier aber erstmal sieht auf dem Titelbild, so Max Outseason, da ist Metagross drin, mit so einer Pupswolke. Das heißt, das wird dann auch als Dynamax Pokémon in Dynamax, Döner Raids, verfügbar sein. Aber was bringt mir das? Das weiß ich immer noch nicht. Also ich jetzt, cool, ich finde Kryptometagross ein Biest. Das nimmst du einfach für alles. Aber ein Döner Metagross kannst du ja nur in Döner Raids nutzen. Also ich kann mir jetzt kein gutes Exemplar holen, was ich dann nutze bei irgendwelchen legendären Raid Bossen. Das funktioniert nicht, so wie es da steht. Dann haben wir hier jetzt Bubungus dabei und was anderes, was ich nicht kenne. Was ist das jetzt aber? Psychospektakel vom Mittwoch, dem 18. September. Jetzt ist gerade mal der 10. 9. 18. 9. Fängt das an, also in 8 Tagen. Mittwoch, der 18. September, 10 Uhr bis Sonntag, der 22. September, 20 Uhr. Doppelter Fangstaub, zusätzliche Fangbonbons für gute, großartige oder fabelhafte Würfe. Erhöhte Chance auf XL, wenn man Pokémon mit guten, großartigen oder fabelhaften Würfen fängt. Ab Level 31, also ab eurem Trainerlevel. Pokémon-Debüts. Das geruhsame Pokémon Brimova und seine Entwicklungen erscheinen zum ersten Mal in Pokémon Go. Man braucht 25 und dann 100 Bonbons, um das weiterzuentwickeln. In Brimova wird zu Brimano und aus Brimano wird Silembrim. Das sind auf jeden Fall wieder super geniale Namen, die ich mir absolut nicht merken kann. Neues Dynamax-Pokémon. Der Dönermarx. Das folgende Pokémon gibt sein Döner-Debüt in Dönerkämpfen der Stufe 3. In dem Event, was heute startet, haben wir ja nur Stufe 1 Dynaraids. Wir haben die Starter, Bisasam, Glomander, Shiggy, Wolli und Raffel. Dort gibt es Stufe 3 Dönaraids. Pokémon, die nach Dönerkämpfen gefangen werden, sowie ihre Entwicklungen können bei Dönerkämpfen Döner maximiert werden. Und ansonsten könnt ihr die nicht fett, vielleicht könnt ihr die ja trotzdem nutzen, aber halt nicht Döner-Mexen. Das steht noch aus. Das muss man, obwohl man hat ja jetzt schon deiner Pokémon, hat schon mal einer probiert, jetzt mit einem Döner-Wolli zu kämpfen. Also wenn das das Zeichen hat, kannst du das normal in einem Raid-Kampf auswählen. Habe ich nicht probiert. Habt ihr es probiert? Schreibt es mal rein. Wilde Pokémon, das ist wichtig. Das ist immer ein besonderer Punkt. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Trassla, Spoink, Molimorba, Monozyto, Pygraulon, Pafi, Flauschling, Iskala, Bubungus. Können auch alle shiny sein. Und mit etwas Glück dann eben auch Primova. Zum Glück nicht irgendwo in einem Ei versteckt oder hinter Feldforschungen. Kann auch wild sein. Und ich kenne das Pokémon nicht. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob das gut oder schlecht ist, ob das nützlich ist. Was ich aber sagen kann, Trassla ist auf jeden Fall ein Highlight. Gönnt euch Trassla. Hat ja auch eine Mega-Entwicklung. Zieht euch ein paar Krypto-Trassla hoch. Krypto-Gadewar als Fee-Angreifer oder Psycho-Angreifer. Molimorba, Monozyto, Pygraulon, Pafi, Pafi, Iskala, Bubungus. Ich glaube, da sind viele Sachen wieder für die GBL dabei. Aber für mich das Highlight Trassla. Auf der anderen Seite ist Trassla auch so oft da gewesen. Eigentlich hat man da auch genügend Bonbons. Trotzdem schöne bunte Auswahl an Sachen, die man sonst nicht überall findet. Pokémon-Eier aus den 7km-Eiern. Wo ich wieder keine Chance habe, welche zu kriegen. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7km-Eiern. Flunkiefer, Klingplim, Psyau und Primova. Also das kommt auch aus einem Ei. Kann nicht shiny sein. Ist ja nur neu. Alle anderen können shiny sein. Klingplim gibt ja eh mehr Staub. Im Normalfall, wenn man es fängt, jetzt weiß ich nicht. Na, Klingplim, das ist ja gar nicht das. Das andere Klingplim ist dieses kleine, dieses Glöckchen. Vergesst, was ich gesagt habe. Konzentriert euch mal auf Flunkiefer. Flunkiefer laufe ich momentan als Buddy die ganze Zeit. Das ist nämlich ein Erlös des 100er Flunkiefer, was die Mega-Entwicklung gemacht hat und was ich auf Level 50 ziehen will. Und es dauert so. Du kriegst pro Tag vielleicht ein XL-Bonbons. Dann brauchst du 18 Stück für den nächsten Push. Brauchst du also 18 Tage. Und dann kommen ja nochmal 20 und 20 und 20 und 20. Ach, das dauert alles. Das dauert. Aber egal. Man hat ein Ziel. Also wer sich wundert, wieso ich Flunkiefer die ganze Zeit, als Buddy habe, weil ich es mal auf Level 50 ziehen möchte. In Eiern wäre das natürlich gut, aber ich werde, wie gesagt, keine 7 Kilometer Eier brüten. Also ist es auch schlecht. Belohnungen, Feldforschungen. Hier. Bubungus hat eine erhöhte Chance, shiny zu werden. Erhöhte shiny Chance bei Bubungus im Gegensatz zu wilden Bubungus. Deswegen ist das wahrscheinlich hier unten auch aufgezeichnet. Aber warte mal, das seht ihr gar nicht. Weil der Hund davor ist. Hier ist der Hund. Der Hund, der tanzt für euch. Bubungus, Bubungus. Bubungus ist das, was, wo der Hund gerade nascht. So, jetzt tun wir den Hund wieder davor. Bubungus ist weg. Also Bubungus gibt mehr Staub. Fangt euch Bubungus. Und brütet Bubungus. Und holt euch Bubungus aus der Feldforschung. Mit erhöhter shiny Rate. Ansonsten gibt es Molimorba, Monozyte, Pygraulon, Parfiflauschlingen, Bubungus und Primova. Also Primova gibt es gefühlt überall. Und es gibt auch eine kostenpflichtige, befristete Forschung. Für 2 US-Dollar könnt ihr wieder euren Freunden schenken. Da gibt es am Ende eine Brutmaschine, eine super Brutmaschine. Sternstück 15.000 EP. Begegnungen mit Bubungus und Primova. Schade, dass da kein Ratepass drin ist. Das hätte ich wieder gefeiert. Ansonsten denke ich, wahrscheinlich werde ich die Forschung eh wieder bekommen. Und habe so meine Begegnung mit Primova. Muss gar nicht großartig danach suchen, weil das eh da drin ist. Sammler-Herausforderung. Also im Normalfall würde ich sagen, nee, braucht man nicht. Ist kein Pass drin. Das ist egal. Sammler-Herausforderung wird es wieder geben. Pokestop-Showcases wird es geben. Und natürlich im Webstore gibt es andere Boxen. Aber da guckt ihr rein. Da gucke ich nicht rein. Alles, was mit Geld so zu tun hat, da lasse ich die Finger von. Showcases. In der Season sind die Showcases ja immer von Samstag bis Sonntag. Und nicht von Montag bis Dienstag, sondern von Montag bis Mittwoch. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Ansonsten, ja. Interessantes Event. Also man wird sich sicherlich mal an so einem Döner-Raid Stufe 3 probieren. Wenn man jetzt in dem Event erstmal mitkriegt, wie die Döner-Rades direkt wirklich ablaufen. Man wird sich auf das neue Pokémon konzentrieren. Versuchen, das vielleicht in männlich, in weiblich zu kriegen. In Lucky zu kriegen. Durchzuentwickeln. Einmal komplett Bubungus für Staub. Farm. Shiny zu kriegen, wer es noch nicht hat. Wenn es dann erhöht ist und so aus den Feldforschungen. Also wie findet ihr das Event? Mein Favorit immer noch Trussler. Aber brauche ich, glaube ich, auch eigentlich nicht. Ich kann es wieder ruhig angehen lassen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich bin los.